Hercule Poirot Sie sind hier, um mich in Misskredit zu bringen. Aber ich kann mit den Toten sprechen. Ich würde alles geben, um die Stimme meiner Tochter zu hören. Falls jemand gehört werden möchte. Wir sind hier. Und lauschen. Mama? Alicia? Was passiert hier? Sie können uns hier nicht festhalten. Jemand ist tot. Niemand verlässt diesen Ort. Ich weiß, wer es getan hat. Ein Geist hat sie getötet. Es muss eine rationale Erklärung geben für all das. Geben Sie zu, dass Sie es mit etwas zu tun haben, das größer ist als Sie. No! Was sagten Sie? Etwas in diesem Auszeit versucht mich zu töten. Sie machen mich nicht an wie ein Verdächtige. Wir sind alte Freunde. Jeder Mörder ist jemandes alter Freund. Niemand geht, bevor ich nicht weiß, ob die Toten die Lebenden ermordet haben. Du hast dich hier die ganze Zeit versteckt. Mit wem reden Sie da? Und zwar? thread